So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 1. Dezember 2022. Gemeinsam mit Markels wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich eine Einschätzung geben dessen, was dort gestern Abend passiert ist, was da gestern Abend noch über den Ticket gelaufen ist. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz die Kamera ein bisschen ausrichten. So, ein bisschen besser. Sehr gut. Also, ich hatte tatsächlich diese Rede von Jay Powell gestern Abend durchaus auf dem Schirm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett aus dem Musestopf kam. Die habe ich durchaus so im Hinterkopf gehabt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass auf dieser Äußerung seinerseits folgend eine derartige, dann in dem Fall Kurs-Explosion, auf der Oberseite stattfindet. Wir haben, ja, ihr habt es selber gesehen. Also, wenn ihr euch den S&P anschaut, die haben die 200-Tage-Linie deutlich zurückerobern können, die 4000er-Marke deutlich zurückerobern können und es sah erst gar nicht gut aus. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich kam mit einem leichten Short-Bias tatsächlich in den gestrigen Handelstag. Auch Crowdstrike dann aus der Perspektive für eher ein Short-Play geeignet, denn wir haben wiederum ADP-Zahlen zu sehen bekommen, gestern um 14.15 Uhr veröffentlicht, die, man möchte fast sagen, wie erwartet. Wir haben ja hier die Eintrübung im Arbeitsmarkt durchaus zum Thema gemacht, in Folge der Layoffs, die jetzt im Big-Tech-Bereich stattfinden, die in allen Medien gespielt werden und wo natürlich dann logischerweise auch entsprechende Entwicklungen in kleineren Bereichen oder kleineren Unternehmen, Zuarbeitenden, Zulieferern und so weiter, sich widerspiegeln werden und das wird sich früher oder später im Arbeitsmarkt eben bemerkbar machen. Ja, und tatsächlich sind die ADP-Zahlen schlechter als erwartet veröffentlicht worden. Wir sahen einen kurzen Spike, wir werden das gleich ganz kurzfristig uns im S&P dann anschauen an dieser Stelle, aber sind dann abverkauft worden, oder abverkauft ist es zu viel. Wir sind zumindest übergerollt. Wir haben keine nachhaltige Bullishness aufgenommen, wir haben nicht die 4000er-Marke zurückerobert und das war eigentlich ein relativ schwaches Signal, ehrlich gesprochen. Und das nimmst du dann an der Stelle natürlich hin, in Anführungsstrichen, beziehungsweise realisierst das, du hast eine These formuliert, du sagst, eigentlich sind Bad News, Good News, also das heißt schwacher Arbeitsmarkt, macht es eher wahrscheinlich, dass die geldpolitische Haltung seitens der US-Notenbank sich weniger restriktiv darstellt in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Ergo, gehst du davon aus, dass das positiv für den Aktienmarkt wirken sollte, nach der jüngsten Konsolidierung folgenden auf die Inflationszahlen. Und dann kriegst du das Gegenteil zu sehen. Und wenn du das Gegenteil zu sehen bekommst, dann ist das eine Information, die eben die These, die du formuliert hast, auf den Kopf stellt und tatsächlich sogar nochmal begünstigend eher die Short-Seite begünstigt, weil das eigentlich gute Nachrichten sind, die positiv für den Aktienmarkt sein sollten. Und wenn man auf diese guten Nachrichten keine bullische Reaktion sieht, ist das eher ein Zeichen von Schwäche. So, das war also so die Ausgangssituation. Ja, und dann in den Abend hinein kam Jay Powell im übertragenen Sinne als Retter auf einem weißen Rössel um die Ecke und griff den Bullen in Anführungsstrichen unter die Hörner und hat denen dann geholfen, entsprechend eben hier Bullischen es auf den Weg zu bringen. Und jetzt kommt das Spannende. Er hat nichts gesagt, was in irgendeiner Form nicht schon unsererseits genau so gesehen wurde. Und es ist nicht nur so, dass er es nicht nur nicht gesagt hat, dass irgendetwas Neues kommuniziert hat in irgendeiner Form, sondern ergänzend dazu hat der Terminmarkt überhaupt gar nicht darauf reagiert. Tatsächlich sogar noch eher restriktiv, wie wir es gleich sehen werden, im Rahmen des Fat-Watch-Tools. Wirft also die Frage auf, wie nachhaltig ist eigentlich dann diese Aufwärtsbewegung, die wir gestern zu sehen bekommen haben. Ich bin aktuell erstaunt, ehrlich gesagt, dass die US-Märkte sich jetzt an der Vorbörse, besonders der S&P, relativ stabil präsentieren können. Europa, besonders der DAX, sieht aktuell schon eine nahezu komplette Wiederhergabe der gestrigen Aufschläge, die wir zu sehen bekommen haben. Also eine Eroberung im Bruch über 14.600 wird bis dato nicht auf den Weg gebracht. Schauen wir mal. Schauen wir wirklich mal, in welche Richtung das jetzt hier in diesem Zusammenhang sich weiterentwickelt. Wir haben heute um 16 Uhr noch ein Makro-Event, die ASM-Einkaufsmanager-Indizes, die veröffentlicht werden. Die sind eigentlich nicht so spannend, nicht so spektakulär. Vielleicht kriegen wir eine Print zu sehen. Die Erwartung jedenfalls deutet darauf hin, dass wir unterhalb der Wachstumsschwelle, konditorialen Wachstumsschwelle von 50 Punkten veröffentlicht werden. Was mich eher interessiert, ist besonders von dem Hintergrund eben der Inflation. Die Paid-Prices-Subkomponente. Sollte die sich weiter unter Druck präsentieren, wäre das in der Lage, sicherlich hier nochmal vielleicht weitere Bullschnüsse anknüpfen an das, was Paul gestern gesagt hat, auf den Weg zu bringen. Wir werden gleich auch noch auf die Kommentare von Paul schauen. Ja, aber in Summe, auf jeden Fall, haben wir jetzt gestern eine überraschende Reaktion zu sehen bekommen. Und, nun ja, Aufstiege von 3% bzw. auch Aufstiege von 4,5% im Nasdaq. Wenn man das mal kombiniert, wenn wir uns mal vor Augen führen, seit eigentlich Beginn des Monats Oktober, also viertes Quartal, haben wir jetzt eine Rallye gesehen. Wir haben auf neun Monatshochs geschlossen, auf neun auch Quartalshochs geschlossen. Wir haben im S&P über 13% gegen die Tiefs zugelegt. Das ist nicht mehr Bärenmarkt-Rallye. Also, da sind wir ganz ehrlich, das ist nicht mehr das, was man als eine scharfe Gegenbewegung in einem bärischen Modus irgendwie zu sehen bekommt. Auch jetzt mit der Rückeroberung vielleicht. Das muss sich auch als nachhaltig herausgestellt werden, weil es 200 Tage ging. Ich glaube, ich kann verstehen, dass da immer noch Skepsis sich breit macht und hält auch unter den Marktteilnehmern über die letzten Monate. Besonders auch mit dem Ausblick, der sehr trüb meiner Einschätzung nach für den Arbeitsmarkt, besonders in den USA ist und der Sorge hinsichtlich einer Rezession. Aber sind wir ganz ehrlich, also das, was wir bis jetzt zu sehen bekommen haben in den letzten zwei Monaten, in den Jahresschluss hinein, das ist nicht unbedingt das, was man als Bärenmarkt-Rallye bezeichnet. Die sind eigentlich eher aggressiver, vicious, more vicious und sehen dann entsprechend eher schärfere Abschläge auf solche Kommentare, wie Paul sie gestern geliefert hat, bullisch zu reagieren, derart bullisch zu reagieren. Ich würde sagen, das ist nicht mehr wirklich Schwäche an dieser Stelle. Aber bevor wir ganz offiziell starten und uns das Ganze auch dann mal ein bisschen grafisch unterminiert oder unterminiert, nicht unterlegt, anschauen, zunächst einmal ganz offiziell der Blick auf den Risikohinweis, bevor wir danach dann offiziell mit dem Money-Meeting starten. Also, Division und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte persönlich sein eigenes Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen in Ergänzung von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com.de, kostenlos eine Demo runter, wo man den Handel risikofrei testen kann, schauen kann, ob das persönliche Risikoprofil mit der Produktpalette beziehungsweise den Produktcharakteristika, die CFDs und FX-Produkten zugrunde liegen, ob man damit korrespondiert. Und sollte man das mit Ja für sich beantworten, hat man natürlich auch die Möglichkeit, auf markets.com.de entsprechend ein Live-Konto zu eröffnen. Habt ihr weitere Fragen darüber hinausgehend, ganz besonders auch vielleicht zu Markets als Broker, nutzt gerne die Möglichkeit, die LNAP-E-Mail zu kontaktieren. Habt ihr Fragen zu den Märkten, nutzt gerne jetzt hier einmal im Morning-Meeting, im Livestream die Möglichkeit, eure Fragen in der Chatbox zu stellen, die mit dem Video läuft. Oder aber schaut euch die Aufzeichnung bei YouTube an, gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion eure Fragen stellen. Dann würde ich die entweder schriftlich beantworten oder aber im nächsten Morning-Meeting hier aufgreifen und live und infallbar beantworten. Darum hinausgehend, genau, das habe ich noch vergessen. Schaut gerne vorbei in der Disco-Community, den Link habe ich schon bereits eingestellt. Dann könnt ihr euch zu den Märkten miteinander, untereinander austauschen. Und das wäre es soweit erstmal gewesen. Dann blicken wir auf die Aktienindizes, werfen wir einen Blick auf den DAX an dieser Stelle, den wir hier auf 5-Minuten-Basis dargestellt haben. Ich will ganz kurz, bevor ich jetzt hier durchstarte, einmal schauen, ob wir alles gut sehen können. Aber Streaming-Technisch scheint alles top zu laufen. So, sehr gut. Also hier ist alles bestens, sollte sich das ändern. Lass mich das bitte einmal in der Chatbox wissen. Blick auf den DAX. Blick auf den DAX. Ausgangs hier, Ausgangsbewegung oder Impuls, der gefolgt ist gestern um 14.400 Punkte. Das war die Kerze, 19.30 Uhr. Und dann kam es zu diesem kleinen Kursfeuerwerk von 200 Punkten, auch im DAX. Ausschläge von über einem Prozent. Allerdings verhalten im Vergleich zu dem, was uns der S&P und der Nasdaq präsentiert haben, wie wir es gleich sehen werden. Und jetzt sehen wir schon bereits, wir laufen, wir stoßen vor, hier oben rechts, das ist die Stunde, stoßen vor, in Gefilde um 14.600 Punkte. Das war auch ein Bereich, den ich ja zum Beispiel in diversen Analysen schon zum Thema gemacht hatte. DAX-Analysen beispielsweise, die ich ja täglich immer einstelle, die ihr auch dann zum Beispiel in der Discord-Community findet, beziehungsweise auf meiner Webseite auf der Hauptseite. Also da hole ich sie her, da stelle ich sie ein. Und ich hatte die 14.600 hier in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt. Und in den Bereich sind wir jetzt vorgestoßen. Aber wir scheitern, in Anführungsstrichen, mit Glanz und Gloria. Tatsächlich hat sich ausgehend hier von, wenn wir jetzt mal schauen, gestern haben wir das Morning-Meeting hier in diesem Zeitfenster gehabt, nichts verändert kurstechnisch. Also wir sind auf den gleichen Niveaus, nur mit dem Unterschied, dass wir eben hier einmal einen sehr scharfen Drive auf der Oberseite gesehen haben. Und im Falle der US-Märkte, im Falle der Wall Street, eben so ein Catch-up. Also das heißt so ein Aufholen der jüngsten Underperformance. Denn hier unten sieht man es da. Ich habe den S&P da tatsächlich drin. Den müssen wir natürlich wechseln. Hier sehen wir die 200-Tage-Linie, die marginal zurückerobert wird. Was mir so ein bisschen im Hinterkopf schwebt, ist, ich bin ein bisschen vorsichtig, ob ich monatshochs neu kaufen wollen würde. Besonders wenn sie erfolgen. Auf den Weg gebracht werden durch eigentlich ein Kommentar, der nichts Neues beinhaltet. Im Vergleich hier zu der DAX, eine deutliche Rückeroberung der 200-Tage-Linie, schon hier initiiert durch die Inflationszahlen. Am 10. November, also das heißt vor drei Wochen, haben wir diese deutlich erobern können. Seitdem so ein Stallout, leichte Aufwärtsdrift, aber wie gesagt scheitern bis dato im Bereich so um 14,6 Pi mal Daumen. Fällt auch ungefähr zusammen hier mit den Unihost Pi mal Daumen. Sollten wir die rausnehmen, dann wäre hier das nächste Ziel im Bereich um 15.000 zu suchen. Ich würde wahrscheinlich ein Zwischenziel vermuten um 200, also 200 Punkte höher über der 14,6, also im Bereich um 14.800 Punkte. Ich will mal ganz kurz Folgendes machen. Wir müssen hier ein bisschen hin und her switchen. Ich habe ein bisschen Browserschwierigkeiten bei Microsoft Mozilla. Beim Aufmachen der Plattform, also in Google funktioniert alles wunderbar. Hier bei Mozilla hat er ein bisschen Schwierigkeiten. Wir können mal kurz einen Blick werfen auf das Verfallstag-Diagramm. Wir haben ja morgen in zwei Wochen, also das heißt am 16. haben wir ja einen großen Verfall, also ein Hexensabbat an dieser Stelle. Und dann gucken wir mal, ob sich hier schon irgendwas herauskristallisiert, ob wir irgendwas erkennen können, ob die 14.000... Na schon, ne? Doch schon. Fällt auf, fällt auf. Also wir sind... Ich schneide das mal kurz aus. Was uns interessiert, sind die blauen Balken. Ja, die blauen Balken interessieren uns, weil das sind die Colts. Ja, das sind die Colts an dieser Stelle. Die geschriebenen, wir handeln ungefähr um jetzt 14.4 wieder, also das heißt ungefähr so in diesen Gefilden, da wo ich jetzt den Punkt mache. Und also wir können erkennen, das ist erstaunlich ehrlich gesagt, also die 14.5 hat ein erhöhtes Open Interest, begünstigt durch den Umstand, dass es sich um psychologisch relevantes Level handelt, so würde ich das immer erklären. In dem Fall, charttechnisch würde man feststellen, wenn wir uns den Chart jetzt hier anschauen, gleich schauen wir uns den an, ist das eigentlich nicht so relevant. Und da ist der Bereich hier um die Juni-Hochs um 14.6 doch wesentlich brisanter. Aber was wir auch erkennen können, ist dieser blaue Balken hier auf 14.6 auf diesem Level, der ist nicht so stark erhoben oder ausschlagend so, wie beispielsweise jener hier auf die 14.8. Also ausschlagen, stark ausschlagen, okay, wir wollen es jetzt nicht überbewerten, aber wir sehen, das hat sogar ein höheres Open Interest, das 14.800er Level, als hier die 14.5. Also bin ich mit der Einschätzung, dass wir um 14.8 einen natürlichen Widerstand auf der Oberseite finden dürften, gar nicht mal so verkehrt. Also das habe ich jetzt eher so aus dem Gefühl mit Blick auf den Chart aufgerundet und das wird hier aber unterstrichen durch diese Optionspreisbetrachtung beziehungsweise nicht Optionspreisbetrachtung, sondern durch das Open Interest, also die offenstehenden Optionen, die auf den DAX geschrieben werden, beziehungsweise auf den DAX Future und die dann verfallen am dritten Freitag. Okay, aber hinausgehen dann hier die 15.000er Marke, aber also oberhalb von 14.6, nächster halt 14.8, Pi mal Daumen ungefähr. Zurück zum DAX hier, also, aber wir scheitern zu... Oh, ja, das hat ja hier wieder auch ein bisschen Schwierigkeiten. Also wir scheiterten zunächst im Bereich um die 14.600er Marke hier auf der Oberseite. Also wir scheiterten jetzt zunächst einmal, haben einen heftigeren Abprall gesehen, geben diese Aufschläge nahezu komplett wieder her. Interessanterweise wird das allerdings nicht gleich getan seitens der US-Märkte. Also die können bis dahin diese Aufschläge größtenteils verteidigen. Also wir sehen hier den S&P zum Beispiel bei minus 0,34 Prozent auf Schlusskursbasis, oder zum Schlusskurs von gestern. Das heißt also, wir handeln zwar marginal unter den gestern ausgebildeten Hochs, beziehungsweise dem Schlusskurs, aber wir sehen jetzt keinen heftigeren Abprall. Kann noch kommen, wie gesagt, weil, und da wollen wir vielleicht gleich mal den Switch vom DAX, bevor wir dann auf den S&P schauen, wollen wir mal auf die Kommentare von Jay Powell gestern schauen. Ich habe das, Moment, ich muss mal kurz gucken, wo ich das vorbereitet habe. Hier habe ich das vorbereitet. Sehr schön. Parallel dazu, mir fällt gerade auf, das habe ich noch vergessen, ich mache noch ganz kurz einen Earnings-Kalender auf. Da haben wir auch einen Überblick darüber, was heute für Earnings anstehen. Gar keine. Also das ist bei den Einzeltiteln gleich relevant. Vielleicht Chargepoint, müssen wir mal gucken. Nachbetrachten wollen wir heute besonders Snowflake und CRM, also Salesforce hier an dieser Stelle. Aber wir sind jetzt erstmal bei Jay Powell. Also, was hat Jay Powell gestern gesagt? Ich hatte, also, hier kann man es erkennen. Ich habe gestern Abend, das war, ich war im Fitnessstudio, also heißt es etwas anders formuliert. Ich hatte da kurz mal geguckt, was die Märkte machen. Und da lief mir hier, dieser eine Tweet lief mir von Ryan Detrick, lief mir rein, den ich ganz interessant fand, ehrlich gesagt. Er fängt es relativ grob ein, aber nichtsdestotrotz finde ich das aussagekräftig genug. Also, Frage, Jahresend-Trally. Nicht, dass wir das nicht wüssten aus saisonaler Perspektive, dass der DAX, aber auch generell der US-Markt, S&P, Nasdaq und dergleichen, verhältnismäßig stark sich aus dem Jahr verabschieden. Ryan Detrick, der twittert hier, Also, es ist sehr, sehr selten, dass im Dezember Aktien aggressiver verkauft werden. In fact, only once in history was it the worst month of the year. Es gab nur einmal in der Vergangenheit, ich vermute, er geht wieder zurück bis ins Jahr 1950, wir werden gleich drauf schauen, wo wir den Dezember als schlechtesten Monat, Börsenmonat gehabt haben und das war 2018. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das war damals, als die FED hier ihren geldpolitisch restriktiven Kurs eingeschlagen hat, schon beginnend eigentlich im Oktober, als es dann hieß, die Reduktion der FED-Bilanz, das war noch lange, lange vor Corona, läuft auf Autopilot und dann hat man in dem Zusammenhang auch entsprechende Tweets von Donald Trump, der natürlich sehr, sehr aktiemarktfokussiert war, hat man hier ablesen können und dergleichen, das war ein hochvolatiles Weihnachtsfest tatsächlich, das hat mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, geärgert, weil ich in diesem Moment immer noch so, auch wenn du es versuchst abzuschalten, aber du hast immer noch so im Hinterkopf die Performance am Markt und du willst jetzt schon wissen, wie sich das weiterentwickelt und wir haben dann Anfang des Jahres 2019, 2019 damals, direkt am 4. Januar, glaube ich, war es, so eine 180-Grad-Wende seitens Jay Powell zu sehen und nicht nur das, der hat nicht nur eine 180-Grad-Wende eingelegt, sondern ergänzend damals ist auch der, Munchin hieß der, glaube ich, kann das sein, Steve Munchin, ich habe nur das Bild von dem vor Augen, der auch Finanzminister unter Trump war, der hat sich ja sogar soweit dann geäußert, dass er sagte, er hat mit den Banken gesprochen und gefragt, ob die Liquiditätsprobleme oder dergleichen hätten, was natürlich wirklich für eine Spannung in irgendeiner Form gesorgt hat, die Spannungen, die sich infolge dieser restriktiveren geldpolitischen Haltung seitens der FED herauskristallisiert haben, besonders dann auch am Repomarkt, die haben sich dann nochmal später im Jahr 2019 bemerkbar gemacht, wo es damals zu kurzzeitig Spannung dahin kam, dass wir auch schärfere Abschläge gesehen haben, also dass Liquidität einfach fehlte und dass die FED ins Ende des Jahres 2019 damals, also vor Corona, relativ kurz vor Corona, geldpolitisch sehr expansiv agieren musste, um nämlich durch die Liquiditätsengpässe, die natürlich entstehen, durch entsprechende austrocknende Liquidität in den Monatsschluss hinein, Rollover, Steuerbelastungen, Inventur im übertragenen Sinne, im Finanzbereich und dergleichen, um dort nicht das Risiko eines Systemkollaps mehr oder minder zu provozieren, so kann man sich das gut vorstellen. Aber kommen wir auf die Statistik zurück, also wir haben Only Once 2018, das war bis 1928 sogar in dem Fall, bis zurück in das Jahr 2021, was er jetzt hier macht, ist im Grunde genommen so ein Balkendiagramm und dann schreibt er hier drüber, wie oft in dieser Historie, in diesem Zeitfenster von fast 100 Jahren, war der jeweilige Monat der schlechteste Börsenmonat und Dezember war eben nur ein einziges Mal, nämlich in 2018 der schlechteste. Sonst davor, oder beziehungsweise einmalig bedeutet im Umkehrschluss aggressive Verkäufe, das heißt nicht, dass es der beste Börsenmonat ist, aber große Verkaufswellen, großen Ausverkauf, sollte man eigentlich im Dezember nicht erwarten. Also das fand ich eine ganz interessante Statistik, ich habe es geretweetet. So und dann kommt Jay Paul um die Ecke, also bis dahin haben die Märkte sich auch noch relativ unspektakulär präsentiert gehabt. Und ja, dann plötzlich gab es ein Kursfeuerwerk und wir standen in 0,1,5, 2% fester im S&P und das hat natürlich die Frage aufgeworfen, was jetzt der Grund ist, besonders in den Monatsschluss hinein. Und da kamen dann eben die Worte von Jay Paul. Der sagte, Fed Paul, also Chairman Paul still sees path to a soft or softish landing without severe recession. Also er sieht weiter die Möglichkeit, dass es trotz des restriktiven geldpolitischen Kurses seitens der Fed eine sanfte Landung gibt und es keine tiefe Rezession tatsächlich gibt. Das ist eigentlich nicht dovisch, ehrlich gesagt, denn das vor dem Hintergrund der stark galoppierenden Inflationen unterstreicht das, dass die geldpolitische Haltung der Fed eher länger als antizipiert sich restriktiv darstellen dürfte. Wir wollen vielleicht in dem Zusammenhang auch mal kurz gehen. Also wir können es in den Zeitstempel nicht wirklich erkennen, aber ich glaube, wir hatten einen kurzen bärischen Drive, möchte ich es mal nennen, auf der Unterseite, warum der sich jetzt auch immer hier aufhängt, wenn ich aus dem Chart rausgehe. Das ist ein bisschen überraschend. Aber wenn man ganz genau hinschaut, also wenn man jetzt ganz, 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 ganz reinzoomt, man kann es auch noch ein bisschen klarer, deutlicher sehen, wenn man sich beispielsweise den Goldchart betrachtet. Wenn wir gleich ja auch noch einen Blick drauf werfen, können wir sehen, da ist unten ein ganz kleiner Flasch zu sehen. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass es eben verhältnismäßig restriktive Rhetorik eigentlich war, die Paul da an dieser Stelle gewählt hat. Also man kann das durchaus als restriktiv interpretieren. Dann sagt er, a path is pretty clear, labor market softens, goods and housing inflation decline. Also bedeutet, er sagt, der Weg ist klar, wir wollen folgendes sehen, wir wollen, oder wir wollen, wir gehen davon aus, dass wir eine Entspannung im Arbeitsmarkt zu sehen bekommen. Wir sehen, goods and housing inflation decline, also das heißt, die Inflation kommt runter, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Nun ja, also Inflation, dieser Peak Out, den hatten wir zum Thema gemacht, das ist ja schon im Großen und Ganzen auf den Weg gebracht. Nur die Situation am Arbeitsmarkt, die stellt sich ganz und gar nicht entspannend dar. Und dann sagt er was, er sagt dann hier, I don't want to overtighten, cutting rates is not something to do soon. Also er sagt, er will einerseits nicht overtighten, also sprich zu restriktiv agieren und den geldpolitischen Geldhahn komplett zudrehen. Andererseits möchte er allerdings auch nicht zu früh die Züge locker lassen und geldpolitische Lockerungen auf den Weg bringen. In Summe, wenn man das jetzt noch ein bisschen darüber hinausgehend eben wirken lässt, auch noch sich ein paar Kommentare, das waren die spannendsten Kommentare, wenn das wirken lässt, er hat nichts gesagt, was wir nicht wussten. Also er hat alles gesagt, auch im Hinblick beispielsweise, dann auf die geldpolitische Haltung im Dezember, sagte er, dass wir eine lockere Haltung zu sehen bekommen, also 75 Basispunkte, die jetzt auf den letzten 3 mal 75 Basispunkte, dass man sich davon eher verabschiedet, also dass die nächste geldpolitische Haltung eher 50 Basispunkte als 75 sein werden. Das hat er nochmal unterstrichen. Auch das, wir hatten es vor einem Monat, anderthalb Monaten, wir wissen das. Also das konnte man ablesen, das kann man im DotBloat ablesen, das kann man im FedWatch Tool ablesen. Er hat also nichts gesagt, was in irgendeiner Form super bullisch oder sehr doppisch interpretiert werden soll. Aber der Markt macht das da draus. Also wir sehen im Falle des DAX diesen steilen Kursanstieg, wir sehen es auch gleich im Falle des S&P. Jetzt, bevor wir auf den S&P blicken, will ich nochmal ganz kurz einen Blick werfen, einmal auf das FedWatch Tool, einfach um das mal einzuordnen, was der Terminmarkt aus diesen Kommentaren von Paul macht. Und ich will ja nicht irgendwie pessimistisch klingen, aber er macht gar nichts draus. Also der Markt macht gar nichts, er hat eigentlich gar nichts, also der Zinsmarkt hat eigentlich darauf gar nicht reagiert, beziehungsweise der Terminmarkt hat da gar nicht drauf reagiert. Was wir hier sehen ist, wir sind aktuell bei 375 bis 400 Basispunkten Leitzinsniveau innerhalb dieser Spanne. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass wir 50 Basispunkte auf diese Kommentare, die sehr deutlich in die Richtung gehen, 50 Basispunkte im Dezember zu sehen bekommen, liegt jetzt bei 82%. Gestern lagen wir da bei 76%, also marginal höher. Es gibt immer noch welche, die sagen 75 Basispunkte ist das, was wir für Dezember erwarten. Wenn wir in den Juni gehen, dann kann man sogar sehen, es gab sogar eine Reformulierung seitens St. Pauls, wonach er sagte, dass wir ein Leitzinsniveau, ein ultimatives Leitzinsniveau haben werden, was über dem liegt, was der Terminmarkt spielt. Nochmal, wir erinnern uns daran, das erste Mal, dass er das sagte, da lagen wir bei 475 bis 500 Basispunkten. Das heißt also, wir haben maximal die FED, also seitens des Terminmarktes erwartet, dass die FED den Leitzins bis 500 Basispunkte anheben wird, bis zur Mitte des Jahres 2023. Diese hat sich jetzt sogar nochmal erhöht. Also wir sind jetzt nochmal hier auf rund 50% im Hinblick auf ein höheres Leitzinsniveau gelaufen. Also eigentlich restriktiver, eigentlich den Markt eher unter Druck bringt. Auch das mal ganz kurz eingeordnet im Vergleich zu gestern, noch bevor Paul diese Äußerung gemacht hat. Aber diese Wahrscheinlichkeit, die hat nur marginal sich verschoben, in Anführungsstrichen. Also man erkennt hier, gestern lagen wir dort bei roundabout 50%, jetzt liegen wir bei ungefähr 45, 46%. Also das sind marginale Veränderungen, die kaum rechtfertigen, dass wir eben solch eine Kurs-Explosion hier im Falle des S&Ps zu sehen bekommen. So hat er sich schon wieder aufgehangen. Jetzt bleiben wir mal länger ein bisschen im Chart, da müssen wir das nicht ständig updaten. Und wie gesagt, der Aktienmarkt, der reagiert stark bullisch darauf, auch der Blick auf Gold, auch der Blick auf den US-Dollar offenbart, dass das seitens des Marktes dovisch interpretiert wird. Und die Frage, die sich halt stellt ist, warum? Denn es ist eigentlich nichts gesagt worden, was wir nicht haben schon vorher gewusst. Also das bedeutet etwas anderes formuliert, warum der Markt dann solch eine Rallye hier initiiert. Also das ist jetzt ein Stundenchart. Wir sehen, Ausgangsniveau ist die 3,944. Wir sind über 140 Punkte auf der Oberseite gelaufen und konsolidieren auf diesem hohen Niveau. Also trotz der jetzt aktuell eher durchwachsenden Vorgaben, die wir aus Europa zu sehen bekommen, mit Abstiegen von fast einem Prozent. Eine super starke Vorstellung, unterm Strich bleibt wahrscheinlich nichts weiter, als unsererseits zu sagen, das ist eigentlich super stark. Also genau so, wie die Reaktion auf die ADP-Zahlen um 14.15 Uhr. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, bevor wir jetzt dann zu dem Chart gehen. 14.15 Uhr, da sehen wir, ich suche mal ganz kurz hier rein, das ist die 14.15 Uhr Kerze. Da kann man sehen, von 3,964 sehen wir einen kurzen Spike von neun Punkten ungefähr auf der Oberseite und werden dann abverkauft. 14.30 sehen wir eher den Drop auf der Unterseite. Wichtig natürlich im Hinterkopf zu behalten. Das waren die ADP-Zahlen. Gestern veröffentlicht mit 127.000 gegen 200.000 neu geschaffener Stellen im privaten Bereich. Das waren die BIP-Zahlen. Die BIP-Zahlen, die zweite Schätzung lag über der Erwartung. Also Wirtschaftswachstum immer noch robust in den USA. Macht eher natürlich einen geldpolitisch restriktiveren Kurs eines der US-Notenbank wahrscheinlich, weil wenn das BIP sich solide darstellt und der Arbeitsmarkt zwar beginnt so ein bisschen zu straucheln oder Spannungen zu zeigen, aber das sich nicht in konjunkturell trüberen Ausblick irgendwie widerspiegelt, dann ist das eigentlich eher ein Grund davon auszugehen, dass die FED eher länger als bis dato erwartet geldpolitisch restriktiver bleibt. So, dann sehen wir also eigentlich ADP-Zahlen, die ich überbewertet hätte über die BIP-Zahlen. Eigentlich Bullish. Der Markt hat aber Schwierigkeiten, hat hier auch Schwierigkeiten, das Ausgangsniveau wenigstens um 3,960 zurückzuerobern, driftet abwärts mit der US-Markteröffnung. Also stellt sich schwach dar. Ich habe mich auch in diesem Zusammenhang recht wohl gefühlt. In Short-Positionen einfach, beispielsweise in einer Crowd-Strike, einfach um da eine Aktie rauszugreifen, die wir zum Thema gemacht hatten, ausgehend von den Earnings, beziehungsweise die Earnings waren ja gut, es war eher der Ausblick, der hier enttäuscht hatte, der Umsatzwachstum. Und hat sich also entsprechend eher mit Abgabedruck gezeigt. Das war jetzt kein Ausverkauf oder dergleichen, aber das war eine schwache Reaktion, die eigentlich Schwäche impliziert. Ja, und dann kommt eben Jay Powell. Und diese Kurs-Explosion auf der Oberseite mit diesem mega starken Run. So, und jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt draus? Ich würde sagen, wir haben nach oben eigentlich jetzt ein Level im Bereich um 4.090. Also das ist der Bereich um die gestrigen Tageshochs, welches für uns als Referenz fungiert. Sollten wir in der Lage sein, dieses Level rauszunehmen, das ist nicht ganz 4.090, das ist die 87, das ist hier in der Indikation. Sollten wir die rausnehmen und halten können, dann ist das ein stark bullisches Signal, welches hier gesendet wird und würde weitere Aufschläge denkbar werden lassen, die uns, ja, im nächsten Erhalt 4.300 Punkte. Und das ist Region August hoch. Also ich würde wahrscheinlich eher ein bisschen konservativ erst mal arbeiten und würde sagen 4.150, vielleicht maximal 4.2 auf der Oberseite. Aber in den Jahresschluss wäre das nicht unwahrscheinlich. Ja, und wir haben eben auch fundamentale Katalysatoren, eben jetzt in den Wochenschluss hinein. Also nochmal, das ist eine extrem starke Reaktion auf eigentlich ein Non-Event. Er hat nichts gesagt. Nochmal, er hat nichts gesagt, was wir nicht wussten. Es hat zu keinerlei Entwicklungen in irgendeiner Form im Terminmarkt geführt. Wer auch immer dort gestern sich gezwungen gefühlt hat, auf die Kommentare zu kaufen, und wir haben ja gesehen, das Volumen, wir können das ja auch mal ganz kurz hier einmal zeigen, im Spider beispielsweise. Das hat richtig, richtig, das ist richtig angesprochen. Das war das bullischste Volumen. Also hier unten im Falle auf den ETF, auf den S&P 500. Das war das höchste bullische Volumen seit hier diesen Tiefs, die wir im Oktober ausgebildet haben. Diesen Extremtiefs damals auf die Inflationszahlen. Mit diesem massiven Reversal. Jetzt vorstoßend auf, wie gesagt, neue Quartalshochs. Also das sind die höchsten Stände gewesen. Super bullische Kerze. Also if you see this green candle buy, in Anführungsstrichen, um es mal sehr plump zu halten. Das ist also ein starkes Volumen, was da reinkommt. Und wie gesagt, wenn man auch hier jetzt auf der 5-Minuten-Ebene Intraday sich das beispielsweise anschaut, es gab auch in den Abend hinein, gab es einen richtig, richtig, richtig sich stark beschleunigenden Chase. Also ich habe mir jetzt keine Imbalance-Daten angeschaut, aber ich wäre nicht überrascht zu sehen, dass wir hier in den Schluss hinein eine riesengroße Imbalance hätten auf der Long-Seite. Also das heißt, dass auch viele Marktteilnehmer sich wirklich gezwungen fühlen an der Stelle, den S&P oder beziehungsweise den breiten Markt oder Aktien generell entsprechend zu kaufen. Also das war wirklich ein richtig starker Volumenanstieg. Wenn ich das jetzt erstmal so auf den ersten Blick interpretieren müsste, würde ich sagen, das ist Short-Squeeze. Das ist Short-Squeeze. Und diejenigen, welche Marktteilnehmer, die hier ihre Shorts eindecken, wir erinnern uns dran, also wie kommen wir darauf, davon auszugehen, dass ein Großteil des Marktes Short ist, erinnern wir uns an den Commitment of Traders Report. Also wir gucken uns zwar den Spider an, aber nichtsdestotrotz haben wir mit dem Commitment of Traders Report, ausgehend vom Future, natürlich eine Idee, wie ist der Bias im Markt. Und wenn wir uns den S&P 500 angucken, wissen wir immer noch, der ist mit über 200.000, rund 200.000 Kontrakten, sind wir netto Short im Markt. Also diese grünfarbene Linie, die ist deutlich unterhalb dieser Nulllinie. Der Markt, oder beziehungsweise die Marktteilnehmer, haben in die Retracements hier im Sommer, also Juni, Juli, beziehungsweise die erste Hälfte des Augusts, haben die Aggressiv Shorts aufgebaut und haben den Run auf neue Jahrestiefs gefahren. Diese Position allerdings nur teilweise in diese neu markierten Tiefs liquidiert. Also sind immer noch verhältnismäßig stark netto Short. Und wenn die sich jetzt gezwungen sehen, in den Quartalsschluss hinein, auf diese Kommentare von Paul, wie gesagt, wir interpretieren sie auf die eine Art und Weise, institutionelle auf eine andere Art und Weise, wenn die sich jetzt gezwungen sehen, die Position einzudecken, nun, warum machen sie das ganz besonders in den Tagesschluss hinein? Nun, weil die hochliquidesten Umfelder sind einfach die Markteröffnung, also 15.30 Uhr und 22 Uhr. Also das heißt, da findest du die Liquidität, die du brauchst, um eine milliardenschwere Short-Position, oder nicht eine, aber einfach im Gegenwert von 9-Figures und 9-10-Figures, also Milliardenbereich, entsprechend eben zu liquidieren. Und das ist das, was ich hier aus diesen zwei massiven Volumenbalken ablese. Also ich sehe da an dieser Stelle einfach einen Bedarf, Short-Position einzudecken. Und das ist eben durchaus etwas, das kann sich realistisch auch noch weiter fortschreiben. Und solch eine Squeeze, die kann, wir hatten das Szenario ja schon seit einiger Zeit skizziert, die kann, wie gesagt, sich noch fortschreiben, bis in Gefilde. So, zurückkommt hier auf den S&P, bis in Gefilde eben um 4.300 Punkte, also Bereich der August-Hochs ungefähr, schon wieder aufgehangen. Also, super bullish, auf eigentlich ein Non-Event. Wie gesagt, es war eigentlich eine relativ schwache Darstellung, die der S&P fabriziert hat, auf die ADP-Zahlen. Und kam gestern überraschend, aber unabhängig davon, ob es überraschend kommt oder nicht, das ist super stark. Auf der Kehrseite natürlich, sollten wir jetzt hier einen tiefen Pull-in zu sehen bekommen. Ich würde mal sagen, zuerst, die erste Orientierung ist wahrscheinlich so ungefähr die 200-Tage-Linie, oberhalb derer wir jetzt geschlossen haben. Auch das könnte übrigens wie so eine Signalgebung sein, seitens dann übergeordneter Marktteilnehmer, die eben agieren und die jetzt erkennen, okay, wir schließen die oberhalb der 200-Tage-Linie. Das ist eigentlich, auch wenn nur eine grobe Trend-Indikation, aber nichtsdestotrotz eine, die wir berücksichtigen sollten, saisonal günstiges Fenster, in dem sich jetzt die Märkte befinden. Ergo, Short-Position sollten wir eher liquidieren. Sobald, und das ist ja eine Information, die ist allen zugänglich, also die haben nicht nur wir hier, sondern die haben auch andere Player, sofern jetzt, und ein großer Spieler an der Stelle, sofern diese Information jetzt anfängt, eben nicht nur die Runde zu machen, sondern gespielt zu werden, ist genau das eben der Katalysator für weitere Aufschläge. Und ja, wie gesagt, Oberseite nicht auszuschließen, dass wir dann, wenn wir diese hochs rausnehmen, auch zügig, bis in Gefilde um 4.150, beziehungsweise 4.2, vielleicht sogar 4.3, bis Weihnachten eben tatsächlich laufen, nochmal zusätzlich getragen, durch dann entsprechende Wirtschaftsindikationen, wie gesagt, heute um 16 Uhr, ISM, Non-Manufacturing, besonders im Hinblick eben auf die Paid Prices, vielleicht auch ein bisschen auf die Employment-Komponente bezogen, und dann morgen eben mit den Runden vom Payrolls. So, das also, ja, das also zum S&P. Dann, dann blicken wir auf die Einzeltitel, die gestern natürlich auch ein richtiges Kursfeuerwerk gesehen haben. Wir wollen, wir wollen natürlich einen Blick werfen, fällt gerade übrigens auf, ich habe Snowflake noch gar nicht reingeholt, war jetzt allerdings nachbörsig auch nicht so toll, ehrlich gesagt, hat erst recht scharfe Abschläge gesehen, weil der Wachstumsausblick enttäuscht hat, und hat dann allerdings ein scharfes Reversal gesehen, weil der Wachstumsausblick für das Jahr, 24, also das fiskalische Jahr, besser war. Also so würde ich das tatsächlich interpretieren. Und wir haben relativ scharfes Reversal gesehen, also von diesen Abschlägen von 14, 15 Prozent, die ich gestern nachbörsig noch zum Thema gemacht habe, haben wir dann eigentlich, ähm, eher wieder, uns relativ gut erholen können, in den Earnings-Call hinein, deswegen ist das Play nicht ganz so interessant. Man möchte sagen, endlich hat Tesla mal auf solche eine News reagiert, wie man es erwarten würde. Ich will mal ganz kurz übrigens in die Chatbox schauen. Okay, das machen wir bei den Commodities, würde ich mal vorschlagen. Also Baumwolle, ich muss mal ganz kurz übrigens gucken, haben wir hier Baumwolle, Baum, nee, Cotton, Moment, Cotton, ja, Cotton können wir mal rein. und ich glaube, Silber, Moment, Silber haben wir schon da oben. Ja, können wir einen Blick drauf werfen. Sollen wir vielleicht auch nach gestern, auf jeden Fall, aber Silber relativ schwach, ehrlich gesagt, das war, ähm, auch gestern, also Gold war nicht so einfach handelbar, aber der Break über die 67, der hat dann doch stattgefunden, auch getragen durch Paul. Aber, bevor wir zu den Rohstoffen kommen, ähm, also erstmal Tesla, es sieht jetzt schon mal besser aus, sieht schon mal wesentlich besser aus, ehrlich gesagt, aber wir sind immer noch unter dem Schlüssellevel von 200 Dollar, die Aktie. Also, ähm, wir hatten eine relative Schwäche, auf die Inflationszahlen folgend, auch begünstigt mit Sicherheit durch die, ähm, Verflechtungen mit Elon Musk, ähm, die sich ja jetzt auch weiter fortschreiben. Wir wollen da gar nicht so sehr in die Details gehen. Ich finde es befremdlich, ehrlich gesagt, nicht, was Musk macht, sondern, ähm, wie man auf Musks, ähm, bestreben reagiert. Also, ähm, beispielsweise im Hinblick seitens der EU, im Hinblick, ähm, freie Meinungsäußerung und dergleichen. Also, Musk wird ja im übertragenen Sinne, ähm, unter, unterstellt, dass er, ähm, extremen, ähm, eine, eine Bühne bietet, ja, irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder irgendwelchen, ähm, 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 rechten, Meinungs-Tanks, keine Ahnung, wie man die nennt. Ähm, ich finde das dahingehend ein bisschen irritierend, weil, nun ja, ich, ähm, stell mir mittlerweile schon die Frage, ähm, wenn, wenn ich da seitens jetzt einer, ähm, Institution, wie beispielsweise der EU, entscheide, was ist denn wahr und was ist unwahr? Nun, ich denke, wir haben, nehmen wir das als, als perfektes Beispiel, ich glaube, wir haben relativ gut erkennen können, ähm, dass das, was uns hier als absolute Wahrheit und Wissenschaft verkauft wurde im Rahmen von Corona, ähm, doch an erster Stelle eher monetär getrieben war und weniger, ähm, dem Wohl der Menschheit gedient hat, beziehungsweise, dass es dort in den seltensten Fällen ähm, dem, was man dort als richtig und als einzig akzeptierten Sprech oder das einzig wahre Narrativ, dass das, ähm, dass das, dass das weniger, weniger wissenschaftsbasiert, sondern eher monetär basiert war, ja, so wollen wir es vielleicht mal zusammenfassen. Deswegen ist das ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, besonders wenn wir jetzt im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung, ähm, solche, solche Diskussionen angestoßen sehen. Ich glaube, Elon Musk, ähm, macht sich auch sehr viele Feinde gerade, ähm, ähm, na, ich nenne es mal innerhalb des Establishments, ähm, ich habe dazu eine Meinung, die behalte ich aber diesbezüglich für mich, ähm, also ich will das jetzt hier gar nicht anstoßen, weil das nichts mit dem, mit dem Markt oder dergleichen zu tun hat. Ich glaube, dass er da einen relativ gefährlichen Pfad einschlägt, ehrlich gesagt, weil er sich wirklich gefühlt, äh, mit so ziemlich jedem aktuell anzulegen scheint, ähm, mit dem sich irgendwie anzulegen gilt. Aber, ähm, zurück, also vielleicht die Person Musk, jetzt jüngst ja, war auch so ein bisschen, ähm, dieser Konflikt, der hoch kam in den letzten Tagen, hinsichtlich Apple beispielsweise, und, ähm, App Store und dergleichen. Er hat gestern, ganz interessant, hat er gepostet gehabt, und zwar ein Bild aus dem, äh, Headquarter von Apple, wo er sich mit Tim Cook, dem CEO von Apple getroffen hat, gesprochen hat, und wo, ähm, er dann auch später twitterte, dass, ähm, die Meinungs, ähm, nicht die Verschiedenheiten, sondern, dass das Missverständnis, was sich dort, ähm, offenbart hat, ganz besonders im Hinblick auf die Androhung von, ähm, Apple hier die, ähm, Twitter App aus dem App Store zu, ähm, löschen, rauszunehmen, wie auch immer, dass, dass diese beigelegt haben werden können. Das ist durchaus ein positives Signal, ich sag mal aus der Perspektive, wobei ich sagen muss, dass das meiner Einschätzung nach im Hinblick auf, die, ähm, fundamentalen Gegebenheiten bei Tesla keine Rolle spielt, wir sollten aber nicht unterschätzen, dass natürlich, ähm, hier in großem Umfang vielleicht auch, ähm, politisch beeinflusste, auch Portfolio Manager, größere Fonds und dergleichen, ähm, dass die vielleicht, äh, gedrängt werden, äh, ich will das jetzt mal so als, als, als Verschwörungstheorie in den Raum stellen, dass die eventuell gedrängt werden, ähm, Tesla Exposure zu reduzieren, in den Aktienkurs irgendwie unter Druck zu bringen, vielleicht auch, weil, noch nicht der vollständige Twitter-Deal finanziert ist, keine Ahnung, wie die das gehandhabt haben, ähm, und infolgedessen vielleicht noch Tesla-Aktien als Sicherheit hinterlegen, die allerdings ab einem bestimmten Punkt, ähm, 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 einen Margin Call im übertragenen Sinne, also mehr Sicherheit nachzuschießen, beispielsweise nach sich ziehen, ich bin nicht im Bild, einfach nur so rein spekuliert, ja, ähm, das ist aber durchaus etwas, was natürlich, alleine, dass die Spekulation darum besteht, ähm, derzeit jedenfalls größer wiegt, als das fundamental sehr starke Bild, welches Tesla uns präsentiert, und, ähm, das mit Sicherheit, oder mit Sicherheit vielleicht auch, ich will nicht sagen mit Sicherheit, aber vielleicht auch, ähm, zu dem jüngsten Abgabedruck in der Tesla mit beigetragen hat, und der Underperformance, gestern dann allerdings Tesla mit über 7% Aufschlägen, ähm, und einem deutlichen Bruch zurück hier, also über die 188 sowieso, die hatten wir ja zum Thema gemacht, und dann auch mit einem super starken Schluss, aber immer noch unterhalb der 200-Dollar-Linie, das ist, ähm, oder 200-Dollar-Marke, ich möchte weiterhin eine Rückerbung dessen sehen, weil ich dann sagen würde, wir haben jetzt hier begonnen, wirklich eine, eine Abwärts, ähm, Struktur zu brechen, also das heißt, das ist eine potenzielle Bodenbildung, die dann hier sich herauskristallisiert, ähm, mit deutlicher Eroberung der 200-Dollar-Marke, Abwärtstrendlinie ist gebrochen, gestern besonders dieser Run und der Tagesschluss ist schon mal ein erstes positives Signal, die Nachhaltigkeit ist, wie gesagt, immer noch in Frage zu stellen, weil nochmal, so wirklich hat Paul nichts Neues gesagt, 200-Dollar ist vielleicht auch für längerfristige Investoren erstmal nur der erste Schritt, wir sind weiter unterhalb der 200-Tage-Linie, ähm, vielleicht sogar, muss man sagen, wollen wir eigentlich eher den Bruch über die 230 sehen, die Rückeroberung, und dann, sofern das gelingt, wäre das nächste Ziel, Rückerung der 200-Tage-Linie, ähm, da wird allerdings noch ein bisschen Zeit vergehen müssen, wir brauchen weitere solche Tage wie gestern, wir brauchen vor allem auch weiter starke fundamentale Zahlen, aus der Perspektive mache ich mir wenig Sorgen, ich denke, dass die Delivery Numbers Anfang des Monats, ähm, Januar für das letzte, also jetzt laufende Quartal, für das vierte Quartal, super stark sein werden, ich glaube auch daran, dass die Earnings super stark sein werden, ähm, und dass die weiterhin, ähm, eine Riesenwachstum-Story fortschreiben werden, aber, das setzt eben auch voraus, dass die Nebengeräusche, das Rauschen, was eben jetzt durch Musk, auch im Hinblick auf Twitter und dergleichen, ähm, sich zeigt, äh, dass das eben leiser wird, dass das deutlicher abnimmt, und dann auch wirklich vielleicht Institutionelle, hier sich wieder auf das Wesentliche und auf die fundamentalen Kennzeilen fokussierend eben, in die Aktie treibt, so möchte man es vielleicht an der Stelle vielleicht sagen, ähm, also, 200 Dollar ist das erste, zurück zu erobern der Level, gestern war schon mal ein guter Anfang, danach 230, und darüber hinausgehend wird es dann die 200-Tage-Linie eben tatsächlich sein, ähm, und, ja, wie gesagt, vielleicht dann auch ein entsprechendes, ein stärkeres Aufbegehren an dieser Stelle, dass wir rein fundamental unterbewertet sind für solche einen starken Wachstumstitel, mit denen auch, mit denen sich herauskristallisieren, Gewinn pro Aktie und dergleichen, das steht außer Frage, wir haben, das wird wahrscheinlich der Quartalsbericht in rund anderthalb Monaten uns nochmal deutlich vor Augen führen, ein Free Cash Flow, der im erneuten Milliardenbereich 4, 4,5 Milliarden betragen wird, ähm, wo sich die Frage aufdrängen wird, was machst du mit dann über 20 Milliarden, in Anführungsstrichen, in Cash, ähm, aktuell gibt es Spekulationen hinsichtlich neuer Gigafactories, vielleicht auch, um seine Position in China zu divisifizieren, da sind wir dann, ähm, ähm, jetzt zum Beispiel, jüngst, haben wir es gesehen, hatten wir, hatten wir Spekulationen hinsichtlich einer Gigafactory in Südkorea, wir haben, äh, darüber hinausgehend ja schon vor einiger Zeit, eine mögliche Gigafactory in, ähm, Indonesien zum Beispiel, hatten wir, hatten wir zum Thema gemacht gesehen, also das sind, das sind, ähm, Überlegungen, wie man diesen, diesen, ähm, dieses, dieses Cash, ähm, arbeiten schickt, in Anführungsstrichen, darüber hinausgehend und am wahrscheinlichsten wird allerdings erstmal ein Gegenwert zwischen 5 bis 10 Milliarden Aktienrückkaufprogramm verkündet, was rein statistisch betrachtet, ähm, und andere, solche Aktienrückkaufprogramme ankündigenden Unternehmen eher, ähm, bullisch für den, ähm, für das zugrunde liegende Unternehmen beziehungsweise die Aktie des Unternehmens eben sich auswirken dürfte, das wäre nochmal ein zusätzlicher bullischer Treiber, ähm, wir haben darüber hinausgehend auch zum Beispiel Entwicklungen im Hinblick auf die Semi-Trucks, die jetzt laufen, also, ähm, Elektro-Trucks, die sehen echt spacig aus, ehrlich gesagt, also wenn, können wir uns mal hier ganz kurz anschauen, ähm, Semi-Truck, Tesla, hat der ein oder andere vielleicht schon gesehen, mal Bilder ganz kurz, also, so sehen die Dinge aus, ähm, und die stehen jetzt kurz vor dem, vor dem Release, vor dem Kick-Off in Anführungsstrichen, ähm, was natürlich auch im Hinblick auf, ähm, 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 dann, dann, na, Unternehmen, die im Bereich, ähm, Auslieferungen agieren, super interessant wird, weil wir haben mit diesen Semi-Trucks natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen, ähm, Energiepreisexplosion und auch den Entwicklungen beispielsweise im Bereich Diesel, ich greife jetzt ganz grob nur rein, aber, ähm, mit einer, mit einer, mit einer elektrischen Lösung in dem Bereich, die sich natürlich auch positiv auf die Gewinnmarge aussuchen kann. Es ist auch kein Zufall, dass beispielsweise Unternehmen wie Amazon, also das betrifft jetzt nicht Tesla, aber Amazon zum Beispiel mit Unternehmen wie Rivian als möglichem Konkurrenten, früher oder später, von Tesla im Bereich Elektromobilität zusammenarbeitet, ähm, Rivian hat ja selber dann auch wiederum in diesem Bereich, ähm, Truck, ähm, Herstellung beispielsweise mit, äh, Daimler eine Kooperation angestoßen gehabt, das war im, glaube ich, September die News oder dergleichen, aber, also, das ist nächster potenzieller Release, der sich ebenfalls, ähm, positiv dann auf, auf die, auf die, ähm, Gewinnaussichten von Tesla auswirken könnte, an der Stelle ganz besonders. So, also lange Rede, kurzer Sinn, summa summarum bleibt die fundamentale Komponente eben weiter super stark, aber rein technisch muss sich das eben auch widerspiegeln, dann in Form eines, einer Rückerhöhung zur Zeitnahe, der 200 Dollar Marke, dann der 230er Dollar Marke, ähm, kurzfristig, besonders vor dem Hintergrund jetzt dieses starken Runs, rückt eben die 200 in den Mittelpunkt des Geschehens, ähm, wir halten uns relativ stark, ich gehe mal ganz kurz in den B-Market Screener, zeige euch das mal kurz, also Tesla, ähm, kann ein Großteil der gestrigen Aufstiege eigentlich halten, über 190, ähm, auch im Vergleich zu anderen weiterhin extrem aktiv gehandelt, also man nimmt zunehmend wahr, glaube ich, ähm, in der aktuellen, in den aktuellen Kurs gefilmt, und wir machten das im Morning Meeting ja immer, wir gucken uns diesen Pre-Market Screener an, ihr seht Tesla hier immer on top, immer ganz oben in der Vorbörse bereits mit einem Extremvolumen, das ist vor dem Hintergrund des jüngsten Abverkaufs, meiner Einschätzung nach, gegen diese Tiefs und die Region um die Tiefs, ähm, aus dem März 2021, ein Zeichen einer, ähm, unglaublich hohen Aktivität, die in dem Bereich stattfindet, und potenzieller Umverteilung, die in dem Bereich stattfindet, also ich wäre nicht überrascht, wenn jetzt einige Chance-Risiko-Verhältnis technisch, ähm, in diesem Bereich richtig aufmunitionieren, ähm, und sich auf einen zeitnahen, stärkeren Run auf der Oberseite vorbereiten, das könnte, wie gesagt, kurzzeitig dann, durch solche Trigger wie gestern beispielsweise, eben auch damit einhergehen, dass wir hier, ähm, einen Bruch über die 200-Dollar-Marke zu sehen bekommen, ich würde bevorzugen, müssen wir mal schauen, ich würde bevorzugen, ähm, dass wir uns auf jeden Fall oberhalb von 190 Dollar halten könnten, also das heißt, wenn wir einen Flush sehen, oberhalb dieses Niveaus, dann ran driften, in Richtung der 200-Dollar-Marke und eine enge Konsolidierung unterhalb zu sehen bekommen, für einen potenziellen Breakout-Trade, ähm, da sind wir jetzt noch relativ früh, deswegen, also das einfach nur mal aber schon als, als möglichen Gameplan, die Aktie vielleicht mal auf den, auf den Ticker zu holen, ähm, ich hatte das ja gesagt, hier zum Beispiel in dem Fall, die Short-Seite zu favorisieren, bei dem Drop dann, ähm, in dem Fall unter die 200-Dollar-Marke, auch beziehungsweise folgend auf den Bounce hier, den wir gesehen haben, dann mit neun Jahrestiefs, das war hier in diesem Fenster, ähm, auf die Inflationszahlen, das macht durchaus Sinn, die Aktie dann schon mal so im Hinterkopf zu haben, sich anzuschauen, wie ist die Price-Action, wie verhält sich das Tape, ist das im Gesamtumfeld, ist das relativ stark, ist das relativ schwach, ist das ein Outperformer, ist das ein Underperformer, Tesla war in dem Fall hier in Bezug auf die Inflationszahlen, die letzten zwei, drei Wochen, ein definitiver Underperformer, wenn wir jetzt fertig sind, und dieser Lift, in Anführungsstrichen, auch dieser, dieser, ähm, ähm, Persona, Elon Musk, dann eben beginnt, sich so ein bisschen zu zeigen, ähm, dann könnte das eben ein potenzieller Outperformer, jetzt nach einer Underperformance eben werden, weil die Aktie doch sehr, sehr stark auf der Unterseite gelitten hat, wie gesagt, mit einem ersten Schlüssellevel um 200 Dollar, wegen das man eben eine enge Konsolidierung unterhalb in Betracht ziehen sollte, also als mögliches Play. So, dann wollen wir einen Blick werfen auf, ähm, Salesforce, beziehungsweise, wir fangen mal an mit Snowflake, ähm, Snowflake ist ja ein Cloud-Anbieter, ähnliches, ähm, oder ähnliches Gebiet, beziehungsweise Konkurrenz von möglicherweise Microsoft Azure, Google Cloud und dergleichen, hat, äh, jüngst, hier erneut Abgabedruck gesehen, also im Break, in dem Fall über die 200 Dollar Marke, das war ein starker Earnings, ähm, ähm, wann war das? August, ne? Ja, es kommt hin, ja, das war im August, das war im, im Spätsommer, war das, ähm, da kam der Break nicht zustande, die Rückkehrungen der 200 Tage liegen, seitdem wieder übergerollt, wieder in den Bereich der, der, ähm, Jahrestiefs um 120, konnten den Bereich erstmal jetzt halten, zunächst einmal, ähm, sehen jetzt gestern auf diese Earnings, die hole ich mal ganz kurz hier auf den Schirm, sehen wir einen, äh, Flush auf der Unterseite, eigentlich überraschend, weil der Gewinn pro Aktie über der Erwartung, der Revenue über der Erwartung, der Product Revenue, das heißt also, ähm, ähm, Kerngeschäft, ja, plus 67% Wachstum über das letzte Jahr, das, was eben jetzt hier enttäuscht hat, war, ähm, CSQ4 Product Revenue, 535 bis 540, hat initial dazu geführt, dass die Achse zweistellig nachgegeben hat, ich zeige das mal ganz kurz, so, also, das war dieser aggressive Flush auf der Unterseite, also alles, was ja an Optimismus, ähm, auf Powell folgte, und, und dieser starke Drive, Schlussoberhalb von 140, wurde komplett wieder, wieder hergegeben, und wir sind dann in dem Bereich eben, dieser jüngst etablierten Tiefs, eben hier um, rund 122, 123 Dollar verkauft worden, dann kamen eben Kommentare, die gezeigt haben, naja, dieser eher eingetrübte Wachstumsausblick, der ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, in Bezug auf das komplette Jahr, 2023, also das nächste Jahr, fiskalisch berechnet, seitens des Unternehmens, und hat dann eben diesen scharfen Bounce nach sich gezogen, die Aktie handelt jetzt immer noch, ähm, unterhalb seines Schlusskurses von gestern, ja, wir können das mal ganz kurz hier im Pre-Market-Screener vielleicht auch zeigen, Snow, also, minus 5%, recht dünn, ehrlich gesagt, 5000 Stücke, also wenn die News jetzt wirklich gut interpretieren, oder schlecht zu interpretieren wäre, oder dergleichen, würden wir erstmal ein deutliches Halten des Gaps sehen, und wir würden vor allem noch mehr Aktivität sehen, das heißt eigentlich, ähm, die Earnings, oder Titel ist super interessant, auch von, von, von der Struktur her, ähm, schöne, starke Intraday-Trends, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite, aber, ähm, eigentlich Trading-Technisch nicht so interessant, und das wird nochmal unterstrichen, durch auch den Umstand, dass wir eben jetzt diesen Bounce haben, und eben untergenommen, in the middle of nowhere gebounced sind, also wir sind jetzt, ähm, wieder, im Grunde genommen, zwar mit Abschlägen zum Vortag, aber nichtsdestotrotz, deutlicher zurück über die Tiefs von gestern, und damit oberhalb eines charttechnisch relevanten Levels, was die Aktie für mich nicht wirklich interessant werden lässt, weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie soll ich die News jetzt interpretieren, ähm, Wachstumstitel, der eher durch wachsenden Ausblick gibt, Abschläge, okay, kriege ich hin, wie in Crowdstrike beispielsweise, auch am Vortag, ähm, aber, wenn du dann siehst, naja, so schlecht war es jetzt eigentlich dann wiederum auch nicht, oder das wurde größtenteils im Earnings Call revidiert, und wir sehen dann diesen relativ scharfen Bounce, dann musst du schon sagen, das ist eigentlich schwer interpretierbar, und deswegen wahrscheinlich nicht unbedingt zu bevorzugen, als Trading Vehicle für den heutigen Tag, CRM, also Salesforce, könnte da ein bisschen anders sein, ist allerdings jetzt auch nicht unbedingt die spektakulärste Trading Aktie, ähm, mal kurz hier einmal aufmachen, so, Salesforce, da sehen wir es auch, starker Abwärtstrend, potenzielle Bodenbildung, die hier vollzogen wurde, gegen ungefähr 140 Dollar, Pi mal Daumen, gestern auch, auf die Kommentare von Paul, also der breite Markt, stark gewesen, eben auch Salesforce, mit Break aus, vielleicht dieser Konsolidierung, die hier sich hier herauskristallisiert hat, über die, ja, klaren Intraday Hose, also war ein schöner Intraday Breakout, in Anführungszeichen, auf der Oberseite, ähm, was natürlich, ich denke, vor den Earnings relativ schwer zu handeln ist, und vor allem im Hintergrund auch, das wahrscheinlich eher unterdurchschnittliche Volumens, in diesem Zeitfenster vor der Rede von Paul, so, die kommen also mit Earnings raus, auch das mache ich mal ganz kurz hier auf, was haben die uns geliefert, die haben uns ebenfalls eigentlich solide Earnings geliefert, Gewinn pro Aktie 1,40 gegen 1,22, Revenue, also Umsatz 7,84 gegen 7,83 Milliarden, Guides 1,35 bis 1,37 fürs vierte Quartal, ähm, versus 1,34, also leichter Gewinn pro Aktie, oberhalb dessen, was die Wall Street erwartet hat, das, was eben eher enttäuscht war, und eher am unteren Ende, ähm, eine Guidance gesehen hat, also der Ausblick für das vierte Quartal, für den Umsatz, 7,932 gegen, oder bis 8,032 gegen, 802 erwartet, ähm, also eher untere Range, an der wir uns hier orientieren, initial nachbörslich minus 6%, auch da, wir sehen, nachvollziehbaren Flasch, wir kriegen keinen so starken Haus zu sehen, wie in der, ähm, Snowflake, könnte also sein, sollten wir Schwierigkeiten bekommen, gegen die 151, 150, so diesen Bereich ungefähr, sollten wir da Schwierigkeiten bekommen, ich zweckentfremde mal die Linie hier, so, dann könnte das ein möglicher Short Trigger sein, sollten wir zurück unter den volumgewichteten Durchschnittpreis fallen, also vielleicht ein kurzer Pop auf der Oberseite, ähm, ob die Aktie heißt es oder nicht, das zeigt uns das vorbörsliche Volumen, also CRM, Salesforce, schon aktiver, schon aktiver, mit 77.000 Stücken, also das ist eher ein Trading Kandidat, also hier sieht man, ähm, die News als solche ist, in Anführungsstrichen klarer, also, auch da, die Earnings eigentlich mixed, das ist nicht schwach, die Guidance ist halt leicht unter der Erwartung, nochmal, aber die Aktie auf den initialen Impuls hält diesen erstmal, in einem sonst starken Marktumfeld, ähm, charttechnisch relevantes Level um 150, 151, 77.000 Stücke gehandelt, wir wissen im Schnitt gehen hier 7,23 Millionen um, das heißt, wir haben bis hierhin ein sogenanntes, ähm, ähm, R-Vol, also, das heißt, das Volumen, was in der Vorbörse läuft, in Relation zu dem, was durchschnittlich sonst am Tag läuft, ist schon jetzt eins, ähm, ähm, ein Prozent, das ist zwar noch ausbaufähig, aber nichtsdestotrotz wesentlich aktiver als, als, ähm, Snowflake, sprich, die Aktie kommt schon mal eher in unseren, ähm, in unseren, in unseren Warenkorb, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auf unsere Watchlist, und, ähm, so, dann harren wir einfach der Dinge, die da kommen, ähm, sehen wir einen kurzen Spike zur Eröffnung, in die 151, sind nicht in der Lage, die rauszunehmen, rollen gegen dieses Level über, ähm, wäre das ein interessantes Play, unterhalb von 150 dann, mit nochmal Test im Bereich so 147, 147,50, das ist auch keine so spektakuläre Aktie, also, spektakulär im Sinne von starke Schwankungen, die wir zu sehen bekommen, also, wenn wir jetzt hier auf Finuas beispielsweise mal gehen, ohne zu sehr, wir können jetzt natürlich auch im, äh, in der MarketsX Handelsplattform die ATR einblenden, aber hier habe ich sie gleich drauf, also, ATR von 5,96, ähm, das ist verhalten, also, das ist jetzt, das ist, das ist, ähm, für eine Aktie, die 160, 161 Dollar, beziehungsweise jetzt nach den Earnings rund 150 Dollar beträgt, ist das eigentlich noch relativ okay, also, ähm, nicht ganz so involatil in Anführungsstrichen wie eine Walmart vielleicht, wenn wir eine Walmart mal hier reinholen, ähm, aber nichtsdestotrotz, also, das ist, Walmart sieht man hier, 260, und die Aktie, die notiert ungefähr den gleichen Gefilden, ja, aber nichtsdestotrotz, ist das, ähm, ist das durchaus, äh, eine Aktie, wo man, wo man gemächtliche, nicht kein High-Beta-Handel, so wie einer Tesla beispielsweise oder dergleichen erwarten sollte, also, zurückkommt, wie gesagt, auf die Earnings, werden eher schwach interpretiert, aktives Volumen in der Vorbörse, 150, 151, sollte der Markt, ganz besonders der S&P, sich, ähm, zurückkommt hier, ähm, eher topisch präsentieren, oder, beziehungsweise, ähm, ähm, sollte der, sollte der sich eher unspektakulär präsentieren, der Handel, leichte Korrektur auf die Kommentare gestern von Paul, relative Schwäche in Salesforce ist auch noch, aber auch die Earnings, eher dann eben der Weg des geringsten Widerstands in dem Titel zu finden. So, das also, das also zu den Einzeltiteln. Dann wollen wir natürlich einen Blick werfen auf die Devisen, auf die Kommentare von Paul, und, ähm, in dem Fall auf den Euro zum US-Dollar. So, der kämpft hier weiter mit der 200-Tage-Linie. Hatte gestern schon, das konnte man hier erkennen, ähm, gegen die 1,04-Schwierigkeiten. Erinnert euch dran, ich hatte ja, ich hatte ja gesagt, eigentlich bist du gegen, gegen diesen Bereich Airshort. Schauen wir mal, was uns die ADP-Zahlen hier an dieser Stelle liefern. Die waren schwach, und der Euro hat hier zwar einen kurzen Spike auf der Oberseite gesehen, aber topte gegen die 1,04 aus. Also ziemlich genau das Szenario, was ich eigentlich im Morning-Meeting hier skizziert hatte. Wir haben dann nochmal einen Versuch gesehen, haben, das war zur US-Markteröffnung, dann mit relativ scharfen Abschlägen, ehrlich gesagt. Ähm, und dann kamen eben die Kommentare von Paul, die haben uns auf neue Inter-Day-Hochs geführt, die haben uns über die 1,04 geführt, also insgesamt eine sehr choppige Darstellung. Aber, wenn wir uns jetzt mal hier auf der Stunde was anschauen, aber, weiter ist erkennbar, wir toppen gegen die 1,05. Also, oberhalb 1,05 könnte man vielleicht nochmal mit einem stärkeren Bullischen Drive rechnen. Optimisten für den Euro werden jetzt sagen, naja, guck mal, wir haben aber höhere Tiefs ausgebildet. 1,03 ist höher als 1,02,50 an der Stelle. Also, vielleicht sehen wir auch eine steigende Dreieckstruktur, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, besonders wenn ich mir das Bild anschaue in Gold, ähm, wo wir ja gleich noch einen Blick drauf werfen, ähm, und den, den, den Run, der sich über 67 in Richtung jetzt der 1,800 hier darstellt, ist das echt eine eher schwache Vorstellung, die wir hier zu sehen bekommen. Oder relativ schwache Vorstellung im Euro gegenüber dem US-Dollar. Und, ähm, das ist durchaus etwas, was meine These von gestern nochmal bekräftigt. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eher über kurz als lang hier nochmal eine ernsthafte Attacke zu sehen bekommen. Wir haben jetzt relativ klar auch ein Schlüssellevel um die 1,03. Also, wir wollen jetzt derzeit nicht aggressiv Short sein, aber ich verstehe, ich sag mal, vieler Positionen Short gegen dieses, gegen den Bereich um die Hochs. Also, Short mit kleiner Position, die wir aufstocken mit Bruch unter die 1,03 im aktuellen Gefilden, wo wir einen Stop haben, oberhalb der ausgebildeten Hochs. Die Reaktion eigentlich auf einen doppisch interpretierten Powell, so wirklich doppisch war er nicht, also jedenfalls nicht nach meinem Dafürhalten, aber, ähm, ist eigentlich, ist eigentlich ein Signal, dass wir eher früher als später einen Push auf der Unterseite sehen und dass dieses Szenario mit Retest, der 1,01, vielleicht sogar der Parität um 1,00, ähm, eher höher oder größer ist als, ähm, ähm, kleiner, nach den gestrigen Entwicklungen tatsächlich. Wir wollen vielleicht auch mal ganz kurz noch einen Blick werfen auf den Dollar zum japanischen Yen. Der hat durch seine Zinssensitivität natürlich nochmal ein bisschen mehr, bang, in Anführungsstrichen, eine stärkere Trendstruktur, ähm, begann ja schon hier mit stärkeren Abschlägen zu den Inflationszahlen und hat gestern dann auf die Kommentare von Paul neue Tiefs markiert, ähm, ist jetzt auf dem Weg in Richtung der 200-Tage-Linie. Wie gesagt, hier würde ich mit der Daumenregel agieren, du willst eigentlich keine neuen Quartalstiefs, und das sind gestern neue Quartalstiefs gewesen, und neue, ähm, Monatstiefs gewesen, und der letzte Handelstag des Monats, ähm, du willst eigentlich, du willst eigentlich auf solche ungern, auf solche einem Break shorten. An der Stelle wäre nicht überrascht, wenn wir zunächst einen Bounce sehen, zurück in Richtung der 138, die nicht erobern können, überrollen, aber ein höheres Tief machen und das dann als Wegbereiter nutzen, um eventuell eher, ähm, auf der Oberseite zurück in Richtung der 140er-Region zu laufen. Ähm, so wie der Markt gestern reagiert hat, besonders auch ausgehend von der Zinssensitivität im Dollar japanischen Yen, würde ich sagen, Volatilitätstechnisch war sehr interessant, aber, ähm, rein von den Makroaspekten her schwer zu interpretieren. Also, Gefühl geht eher in Richtung Dollar-Yen short, aber den japanischen Yen möchte ich im Umkehrschluss aktuell allerdings auch nicht wirklich long sein. Also, das, das, da scheiden sich so ein wenig die Geister an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, schauen wir mal, jetzt sowieso überdehnt auf der Unterseite, beziehungsweise erstmal, nicht interessant, chancerisikoverhältnis technisch, Bounce gegen die 138 und dann würden wir abwarten, ob wir in der Lage sind, die zurückzuholen oder nicht. Vielleicht kriegen wir morgen auf die, auf die, ähm, NFPs einen Impuls, einen kurzen Spike, vielleicht in diese Gefilde, ähm, die überraschend dann vielleicht über der Erwartung veröffentlicht werden, nach den IDP-Zellen ja nicht besonders überraschend, aber es fehlt halt nicht, oder es fehlt an der ausreichenden Dynamik, hier die 138 zurückzuholen. Wenn wir die dann austoppen, unspiken, aber austoppen, überrollen, dann wäre das vielleicht ein potenzieller Bereich, gegen den ich mich eher short positionieren würde. Mit Ziel auf der Unterseite, um so 134,50, also 200-Tage-Linie-Pi mal Daumen, ähm, wird aber relativ aggressiv mit den Stops nachgehen, beziehungsweise auch mit Take-Profit-Levels, ähm, ähm, Leveln hier handeln wollen, arbeiten wollen, ähm, weil ich nicht glaubte, dass sich dieser Trend uneingeschränkt fortschreibt, ähm, selbst wenn der US-Dollar jetzt eine kurze, oder ausgeprägtere Korrektur nach dem Run übers Jahr 2022 zu sehen bekommt, aber ich glaube, der japanische Yen ist da nicht unbedingt der stärkste Kandidat, ähm, gegen den wir den US-Dollar dort, ähm, ähm, handeln wollen, beziehungsweise wo wir den Yen dann long wären und den US-Dollar shorten. Aber ganz zu schweigen von dem relativ unattraktiven Carry, den wir da vorfinden. So, und dann final der Blick auf die Rohstoffe. Wir fangen an mit Gold, dann Silber, dann Baumwolle. Machen wir die Reihenfolge. Ähm, erst mal Gold, weiß ich gar nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll, ehrlich gesagt, ähm, weil das Szenario, was wir hier skizziert haben, ist ja wunderschön aufgegangen, auch wenn es recht schwierig war, ehrlich gesagt, das zu handeln, gestern in dieser, in dieser Price Action hier. Ähm, also wir hatten gestern ja diese, diese, dieses, dieses Aufdrehen und das Widerstand finden im Bereich um 1760 zum Thema gemacht. Wir sahen dann auf die ADP-Zahlen, ich zeige das mal ganz kurz hier, wir sahen durch die ADP-Zahlen hier einen kurzen Push auf der Oberseite, das war schon, glaube ich, vorher. Hier kann man das gar nicht so gut erkennen. Fällt mir gar nicht auf, ich mache es mal auf fünf Minuten, weil das ja Stundenkerzen sind. Also, hier war dieses Top-Out, das war noch im Morning-Meeting. Ausgehend hiervon haben wir die 67 als möglichen Long-Einstiegsbereich zum Thema gemacht. Dann haben wir eine recht starke Reaktion gesehen. Obwohl, kann man das so sagen? Recht starke Reaktion. Mir fällt gerade auf, das ist der falsche Tag. Hier war es. Hier war es. Das hier. Das hatten wir gestern im Morning-Meeting zum Thema gemacht. Hier dieses Randrobben an die 67, überrollen, dann kam es durch die ADP-Zahlen zu einem kurzen Durchstechen auf der Oberseite, aber kein Follow-Through. Da hast du eigentlich das Signal, relativ zügig eigentlich, das wird nichts. Denn auf die schwachen Zahlen erwartest du den Breakthrough auf der Oberseite und wenn der nicht stattfindet, dann ist das ein potenzieller Fehlausbruch. Wurde dann auch relativ zügig um 1430 entsprechend unterstrichen dann mit den BIP-Zahlen. Das war alles innerhalb einer Range von 10 Dollar, also relativ involatil, aber wenn du das aktiv handelst mit einem möglichen Breakout und einem ähnlichen Impuls vielleicht auch erwartest wie zu den Inflationszahlen mit einem starfen Follow-Through, dann hast du hier eigentlich das Feedback, das wird nichts. Wir haben dann nochmal zur Markteröffnung hier in den US-Märkten haben wir gesehen, okay, wir rollten erneut über und dann kam aber Paul als der Retter in der Not in Anführungsstrichen und hat final den Break über die 1760 auf den Weg gebracht, auch einen recht starken Tagesschluss auf den Weg gebracht und wir sehen jetzt auch dieses Hochdrehen scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein, dass die 87 zeitnah nicht nur attackiert wird, sondern auch bricht. Das ist nächstes potenzielles Breakout-Level und darüber kommt dann die 200-Tage-Linie hier in den Mittelpunkt des Geschehens mit einem Bruch höher sind dann auch deutliche Aufschläge über 1800 zu erwarten. Vor dem Hintergrund aller gestern dieser Vorstellung und immer noch dieses Sorgenfalten verursachenden Kommunikation von Paul, die wie gesagt nicht eigentlich eine US-Dollar-Korrektur befeuert, er hat nichts gesagt, was sie nicht wussten. Also das ist nicht irgendwie ein fundamentaler Game-Changer oder dergleichen, sondern Interpretation des Marktes. würde ich allerdings hier mich vorsehen, einen Breakout handeln zu wollen, sondern ich würde hier wirklich einen sauberen Bruch erwarten über die 200-Tage-Linie noch eine Möglichkeit. Das heißt also, dass die Widerstände geklärt werden, dass die rausgenommen werden, dass wir uns oberhalb dann konsolidieren zeigen und dann würde ich mich erst long positionieren wollen. Das wäre zwar zu einem etwas unattraktiveren Kurs, aber mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass wir darüber hinausgehen, dann einen tiefen Lauf über die 1800. Vielleicht auch, dass das saisonal günstige Fenster, in welches Gold jetzt in den Jahresschluss und in den Jahresbeginn eintritt, eben, dass ich das ausspielen würde. Andernfalls sehe ich nämlich die Gefahr, dass es da eine neue Spikes gibt in diesem Bereich, wir aber abverkauft werden und es dann eben nicht diese, nennen wir sie mal kleine Rallye sehen, auch wenn ich insgesamt Gold long bleibe, solange wir oberhalb von 1730 US-Dollar die Feinunze hier handeln. So, das also zu Gold, dann ein Blick auf Silber. Das sieht schon vielversprechender aus, ehrlich gesagt, viel, viel, vielversprechender, ehrlich gesagt, denn wir haben hier erst mal durch gestern die Kommentare eine Eroberung der 22-Dollar-Marke gesehen, also wir handeln jetzt relativ genau im Bereich des Ausbruchlevels, vielleicht gibt es auch mal einen kurz tieferen Flasch Richtung 21,50, aber besonders übergeordnet ist das vorteilhaft, weil wir die 200-Tage-Linien zurückgeobert haben, anders als in Gold an der Stelle. Also da sehen wir zum Beispiel, das wäre in Gold nicht unwahrscheinlich. Ein kurzer Spike drüber, Rückverkauf, irgendwie so ein rumpendeln um und dann final ein Schub, den es allerdings erstmal braucht und der sich erstmal finden muss. Also bedeutet etwas anders formuliert, jetzt sieht das vielversprechend aus, besonders wenn wir jetzt in der Lage sind, hier diese Region um 22 Dollar zu halten. Das darüber hinausgehend, mit Break oder ja, Bruch der bis dato ausgebildeten hoch 22,40, ist nicht auszuschließen, dass wir weitere Aufschläge sehen, die uns sogar Richtung 24, 25 Dollar pro Unze fühlen könnten. An der Stelle, also das ist ein durchaus positives Signal. Wie gesagt, Schlüssel wird aber hier sein, an der Stelle, ob wir in der Lage sind, diese 22 Dollar Marke zu halten. Also das heißt, jetzt hier nach diesem Austoppen um 22,40 gegen dieses Level Käufer finden. Müsste man jetzt mal überlegen, wie könnte man da jetzt ein Setup formulieren? 22,15 wahrscheinlich. 21,15, 22, ja, 22,15. Bruch über die 22,15 Stopp relativ eng, knapp unterhalb der 22. Da willst du eigentlich sehen, dass wir dieses Level rausnehmen und Momentum nach oben aufnehmen. Es bedarf aber ähnlich wahrscheinlich wie gestern auch eines fundamentalen Triggers. Wir haben gesehen, die ADP-Zahlen, die haben jetzt nicht so wirklich die Mäuse hinterm Ofen vorgelockt, in Anführungsstrichen. Müsste man also schauen, ISM-Zahlen, die wie gesagt heute um 16 Uhr veröffentlicht werden, wenn die unter 50 Punkten veröffentlicht werden, plus die Paid Prices-Komponente weiter sich rückläufig präsentiert und zeitgleich die Employment-Komponente ebenfalls abwärtsgerichtet sich präsentiert. Also durch die Bank weg, auch in den Subindizes. Schwacher Datensatz. Das wäre was, wo ich sagen würde, das wäre was, wo ich sagen würde, das sollte einen bullischen Impuls nach sich ziehen. Wenn es das nicht tut, wie es dann die ADP-Zahlen, dann gilt es vorsichtig zu sein, aber genau das könnte den Push von der 22 über die 22.15 nach sich ziehen und dann eben würde sich zeigen müssen, ob wir die 22.40 auf der Oberseite in der Lage sind rauszunehmen. Ja, so könnte man das glaube ich, so könnte man das glaube ich für Silber aktuell ganz gut zusammenfassen. Und dann noch ein Blick auf Baumwolle. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Baumwolle zum Thema gemacht habe. Könnte sein, dass das keine Premiere ist. Vielleicht, ich frage mal ganz kurz, gib mir mal einen Hinweis, also aus rein technischer Perspektive würde ich das jetzt machen. Warum denkst du, dass Baumwolle gerade interessant ist? Also was ist der Trigger? Was lässt Baumwolle gerade entspannt werden? Was lässt Baumwolle in Anführungsstrichen heiß werden? Also wie beim Earnings Release eben gut, schlecht oder wie auch immer. Aber was würde jetzt an der Stelle dich dazu veranlassen zu sagen, werfen wir einen Blick auf Baumwolle? Ausgehend, also aus rein technischer Perspektive sicherlich recht stark überdehnt auf der Unterseite. Ich weiß gar nicht die Einheit übrigens von Baumwolle. Was genau das ist? Ich glaube Buschel. Bin mir auch nicht sicher. 70 Dollar Roundabout. Was du sicherlich sehen wollen würdest, ist ein Bruch höher. Der ist auf neue, in dem Fall sind es Quartalshochs? Nein, sind doch neue Quartalshochs. Das wäre eine neue Quartalshochs. Wenn wir die 90 Dollar Marke auf der Oberseite rausnehmen, das würde denkbar werden lassen, dass wir dann vielleicht in Richtung von unten, in Richtung der 200-Tage-Linie bewegen könnten. Sieht, wie gesagt, verhältnismäßig stark überdehnt auf der Unterseite aus. Hat den starken Lauf gesehen in der ersten Hälfte des Jahres und dann recht scharfe Abschläge. Was wir jetzt machen könnten, wäre beispielsweise mal eine saisonale Betrachtung. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich etwas finde. Saisonalität Baumwolle. Gucken, ob da was kommt. Cotton. Interessant. Interessant. Also, auch wenn ich fundamental keine Einschätzung habe, aber es gibt hier einen Chart. Season Next ist 2007. Jawohl, das ist 2007. Also das ist ein bisschen müsste man wahrscheinlich mal wirklich updaten, weil der geht nur bis 2007 an dieser Stelle. Aber wir hatten auf jeden Fall zurückgehen bis 1960, von 1970, von 1970 bis 2007 hatten wir hier im Dezember eine Bullish-Saisonalität in Baumwolle. Also, wie gesagt, der Chart ist 15 Jahre alt, diese Betrachtung hier an der Stelle. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das einfach so für wahre Münze nehmen sollte. Aber sollte sich dieses Muster nicht verändert haben, dann wäre das natürlich deswegen interessant, weil mit einem Bruch an der Stelle eben über das 90-Dollar-Level hier an der Stelle weitere Bullish-Niss kurzfristiger Natur jedenfalls durchaus erwartet werden könnten, die uns in Richtung vielleicht auch über 100 Dollar eben tatsächlich fühlen könnte. Ich gucke mal das ganz kurz einmal. Hallo Andreas, Grüße nach Potsdam aus Berlin. Okay, also ich hoffe, dass das die Frage im Hinblick auf Baumwolle, dass es die beantwortet. Wie gesagt, ich bin überhaupt gar kein Experte, was das angeht. Da müsste ich mich erst einlesen. Rein jetzt von der charttechnischen Gegebenheit, von dem Hintergrund, das relativ stark über den Modus, vielleicht auch noch immer weiter bestehenden Bullish-Nissaisonalität, die ich nicht garantieren möchte, weil der Chart einfach bis 2007 nur geht und nach 15 Jahren dann anschließend kommen, was durchaus für leichte Verzerrung sorgen könnte. Aber wäre das vielleicht ganz interessant mit Bruch über die 90 und Halten oberhalb des Levels, dass wir dann in dem Zusammenhang eben weitere Aufschläge vielleicht zurück über 100 Dollar zu sehen bekämen. So, das wäre es meinerseits soweit zunächst einmal dann für heute gewesen mit dem Morning Meeting. Ich habe ein bisschen was an Ideen geben können, welche Märkte heute interessant sind. Wie gesagt, Snowflake eher weniger, CRM, Querstrich Salesforce, nach den gestrigen Earnings. Sieht in der Vorbörse, wie sind die aktiver gehandelt aus. Wir haben nochmal eine überraschende Reaktion im breiten Markt zu sehen bekommen auf die Kommentare von Jay Powell. Der hat nichts gesagt, was wir nicht wussten. Habe ich jetzt glaube ich zum 27. Mal gesagt, dass der Markt so reagiert, wie er reagiert. Er überrascht. Man sollte im Hinterkopf behalten, es ist der Monatsschluss gewesen. Aber das Feedback des Marktes auf eine eigentlich so unspektakuläre News ist natürlich, wir gehen eher davon aus, dass die FED sich in den kommenden zwölf Monaten weniger respektiv darstellen wird. Und das jetzt schon vielleicht auch in diese Worte, in diese Äußerungen von Powell hinein interpretiert wird, dass man irgendwie versucht, so Hintertüren aufzustoßen in irgendeiner Weise, dass man sich früher oder später wieder geldpolitisch lockerer präsentieren kann, weil man vielleicht auch diese Tendenz sieht, die wir jetzt im Morning Meeting schon häufiger zum Thema gebracht haben, dass der Arbeitsmarkt sich einfach deutlich eintrüben wird und man wird an dieser Stelle einfach einen geldpolitischen lockeren Kurs fahren müssen. Hofft vielleicht an der Stelle, dass die Inflation bis dahin weiter eine Peak-out-Tendenz eben vollzieht. Ja, also soweit, soweit also sei es das gewesen. Grundtendenz geht eher in Richtung Long nach gestern. Kurze Korrektur, Verschnaufpause scheint denkbar nach solch einem Lauf. Nichtsdestotrotz, Short-Squeeze- Potenzial ist definitiv gegeben. Sollte man den Mittagauf behalten. Das heißt also, die Short-Seite eher mit Vorsicht zu genießen, auch wenn wir CRM-Salesforce als Kandidat eher von der Short-Seite sehen wollen würden. Long-Kandidaten, besonders High-Beta-Stocks, super interessant aktuell, Tesla könnte Aufholpotenzial tatsächlich haben. Was sich auch anbietet an der Stelle ist beispielsweise ein Blick auf, kann man ganz kurz hier, zack, gehen wir ganz kurz auf Trading Terminal. Da haben wir eine Möglichkeit, jüngst, habe ich sie nicht offen? Trading Terminal, doch, da ist das, eine Sektoranalyse zu machen, welche Sektoren jetzt jüngst relativ heiß gelaufen sind. Also wäre durchaus eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir gucken uns mal die letzten, die letzte Woche an beziehungsweise, also da sehen wir Consumer Discretionary besonders stark, Energie eher underperformed. Wir können auch mal den letzten Monat uns anschauen vielleicht. Da sehen wir Materials, Industrials, Communication Services, Technology. Also da ist Technology eher unter, beziehungsweise auch in den Top 4, ja. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es andere Kandidaten, Communication Services beispielsweise, ich muss jetzt just in diesem Moment, muss ich dran denken, dass mir heute morgen die Idee kam, Deutsche Telekom, könnte ganz interessant tatsächlich sein, als Titel, die hatte ich schon jüngst, als möglichen Outperformer, hatte ich die Aktie mal auf dem Schirm, kann man ganz kurz reingucken, DTE, was soll das eigentlich sein? Deutsche Telekom, da, würde jetzt vielleicht überraschen, der ein oder andere, die vielleicht sagen, naja, wirklich so ein interessanter Kandidat, potenzieller Breakout-Kandidat, also wenn wir hier über 20 Dollar gehen, ich glaube, dann kann die Aktie einig sein Meter machen und das in einem echt schwachen Marktumfeld, übergeordnet. Also das sollte man, sollte man durchaus als, als Titel so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also das hat jetzt nichts mit US-amerikanischen Aktienmarkt zu tun, aber wenn ich mir Telekommunikation eben da angucke und dann eben sage, na was ist denn im US-amerikanischen Bereich da interessant, eine Verizon vielleicht oder, dann macht es auch durchaus Sinn, besonders wenn man das plant, ein bisschen längerfristig zu spielen, mal den deutschen Titel sich anzuschauen und da könnte die Telekom, ausgehend von dieser Performance hier, die sich derzeit darstellt, schon als interessanter Kandidat herauskristallisieren, also für die nächsten Monate durchaus. Wie gesagt, wir sind jetzt aber ein bisschen arg weit wieder in Zukunft gekommen. Also gestern, wie gesagt, der Impuls. Hier Technologie potenziell nach dem sehr Beat-and-Down-Modus der jüngeren Vergangenheit, vielleicht outperformed, da guckst du dir dann relativ starke Titel an, relativ starke Titel aus. Wir haben auch im Semiconductor-Bereich zum Beispiel recht starke Performances gehabt, AMD, NVIDIA beispielsweise. Das könnten dann Titel sein für die Long-Seite. Sollten wir das als nicht nachhaltig sich herauskristallisierend sehen, dann würden wir die Short-Seite favorisieren und im aktuellen Umfeld, wie gesagt, vielleicht in einer Sales-Force, dann ganz kurzfristig betrachtet von der Short-Seite unterhalb von 150 in Betracht ziehen. So, das ist es meinerseits gewesen. Also, ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelsstag. Happy Trading, passt auf, was Stops auf. Und wir hören uns morgen wieder um 10.30 Uhr zum Morning-Meeting gemeinsam hier mit Markets. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Wir lesen voneinander in der Disco-Community. Soweit meinerseits. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss. Bis dann. Vielen Dank.